Um Platz 3, um Platz 3 in dem Rennen. Durch der 3, 16 und der 15 geht es um Platz 3 in diesem Rennen. Gleich kommt der Rennen. So, und wir erwarten den Schlusswort. Die Schlusswort unserer beiden Spitzenreiter. Wer wird es werden? Niklas Michel oder Martin Peters? Oh, Martin zieht euch! Zieht euch! Und die 23 gewinnt das vom BHC Erzburg.